Hax mit der Axt! Du hast gerade die Axt gespürt! Gesucht und gefunden! Oh yeah! Das sieht vielversprechend aus. Gefällt mir. Aber wenn du in diesem Spiel was reißen willst, musst du dir die Elementartore ansehen. Man kann sie nur mit einem Trapmaster des passenden Elements öffnen. Bumm Blitz! Du hast jetzt Zugang zu einem neuen Bereich, der einen magischen Hut enthält. Was du mit einem magischen Hut sollst? Die sind der Wahnsinn! Und sie machen dich stärker. Darum heißen sie magisch. Erinnerst du dich noch an die Sprungkissen vorhin? Also das hier ist ein Supersprungkissen. Probier es aus und finde heraus warum. Hoch oben! Hoch oben! Hoch oben! Hoch oben! Dies ist ein Rätseltor-Portalmeister. Es erfordert ein unbekanntes Element. Hoch oben! Wie bin ich an dir vorbeigekommen, ohne dass du mich gesehen hast? Genau, geheime Ninja-Kommando-Fähigkeiten. Du benötigst einen Trap-Master vom Lebenselement, um dieses Tor zu öffnen. Ein Leben am Abgrund! Du hast gerade die Axt geschwürt! Du hast gerade die Axt geschwürt! Das war's für heute. Ein neuer Look mit Ecken und Körn. Denk daran, dass du jederzeit zwischen einem Skylander und einem eingefangenen Verbrecher wechseln kannst. Wenn du durch dieses Tor möchtest, musst du dich mit einem Grandmaster des Technologie-Elements zusammentun. Der Schiff hat einen Körn. Der Schiff hat einen Körn. Der Schiff hat einen Körn. Denk daran, dass du jederzeit zwischen einem Skylander und einem eingefangenen Verbrecher wechseln kannst. Du benötigst einen Trapmaster vom Technologie-Element, um dieses Tor zu öffnen. Alle Kraft in den Schlaf! Ich will Spude! Gute Apparate, der Vollkampf aufzunehmen! Sprechst du hast einen Schlafskampf, zu Popper aus! Das sieht vielversprechend aus. Gefällt mir. Sie nennen ihn den Gulper. Und das komische an der Sache ist, dass er auch im Wolkenknackerknast sitzen sollte. Hier geht etwas ganz Sonderbares vor und wir müssen das ergründen. Und zwar pronto. Sprudel! Ich brauche Sprudel! Siehst du? Deshalb brauche ich Sprudel! Der Gulper! Gulper muss schlucken! Ein weiterer überwältigender Sieg! Her mit den Dingern! Alle Kraft in den Schlag! Nur eine Idee. Wenn der Gulper Sprudel will, dann sollte er keinen Sprudel kriegen. Du musst also nur rüber zum nächsten Gebäude springen und den Sprudel Bottich zerstören, bevor er ihn austrinken kann. Das sollte ihn aufhalten. Ich brauche die Bessche. Ich brauche sie! Ja, ich brauche sie! Ich brauche sie. Du weißt ja, es ist ein sehr starker Begegnance! Du weißt ja, ich werde hier mit dem Schlag und den Flutel geben. Du weißt ja, ich werde hier. Du weißt ja, derOWNS ist ein sehr starker Begegnance. Niemand nimmt mein... Ah, verflixt und zugenäht! Wir müssen den Sprudel-Bottich in... Ja, genau das dachte ich auch. Jetzt schnell rüber da und den Bottich zerstören. Nein! Was machst du da? Wie kannst du? Boah, entkulpert! ...külpst über seinen eigenen Zaun! Oh Mann! Ich hatte gerade die allerbeste Wahnsinns-Idee. Selbst für mich. Siehst du die beiden Bottiche? Der orange Ambrosia-Kühler ist der Sprudel des Jahres. Das andere grüne Zeug ist Bodensatzplörre mit Aalgeschmack und schmeckt noch scheußlicher als es klingt. Aber wenn wir die vertauschen und den Gulper die Aalplörre trinken lassen, holt ihn das vielleicht wieder runter. So ist's richtig! Vertausche die Bottiche! Gut gemacht! Den Gulper besiegt! Den Gulper besiegt! ...